Das ist hier das Verwaltungsgebäude vom Landalp-Park, stark beleuchtet. Das sind hier Nachtaufnahmen vom Skigebiet Poppenberg, aufgenommen vom Landalp-Park. Das ist hier Flutlichtfahren. Einige sind auch unterwegs, nicht zu viele, aber immerhin, es ist alles gut machbar. Hier unten sieht man Möpfishütte. Und hier links folgt dann gleich der nächste Vierhang. Da ist nicht allzu viel los. Aber es ist wirklich immer noch eisig kalt hier, vor allen Dingen durch den Wind. Das hier haben wir mit dem Filter aufgenommen. Diese hat dieses Kloch. Das ist das hier nicht so gut, aber hier geht es doch gut. Hier haben wir hier vor, die echt hin zu Cochte. Die hat eine lange Cochte, die hat mir noch gut. Die hat mir noch die Hände. Das ist die 7, das ist die 7. Das ist die 8. Untertitelung im Auftrag des ZDF Macht sehr gut zu wachen.